Hallo, ich bin Moja Dalla und studiere im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. An dem Studiengang gefällt mir insbesondere die persönliche Atmosphäre. Die kleinen Gruppengrüßen in den Vorlesungen ermöglichen einen engen Kontakt und Austausch mit den DozentInnen. Auch der Praxisbezug des Studiums ist ein weiteres Merkmal des Studiengangs. Es werden zum Beispiel jedes Semester verschiedene Praxisprojekte angeboten. Ich selber habe an der Tour die CSR teilgenommen. Es handelt sich hierbei um eine von DozentInnen des Fachbereichs organisierte vier-tägige Radtour. Während dieser Radtour haben wir unterschiedliche Unternehmen entlang der Route besucht und über Aspekte von Nachhaltigkeit diskutiert. Für mich war dies eine sportliche und tolle Erfahrung. Momentan plane ich ein Auslandssemester. Dabei erhalte ich über den ganzen Prozess von der Auswahl der geeigneten Badner-Hochschule bis hin zur Finanzierung durch mögliche Stipendien Unterstützung vom Fachbereich bzw. von der Hochschule. Durch meine Fachschaftsarbeit habe ich die Möglichkeit, die Atmosphäre und Zusammenarbeit im Fachbereich mitzugestalten. Wir organisieren unter anderem Erstsemesterfahrten und Partys. Dadurch fällt es besonders im ersten Semester einfach, Kontakte zu knüpfen und die neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen. Wir veranstalten außerdem Fußballspiele gegen die Professorinnen und Professoren, was für mich immer ein besonderes Highlight ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017